Dax wie lange hat er für ihn mit gebraucht um ihn zu bauen 5 Minuten 10 Minuten schon weil ich dann was heißt einer deine Mutti 2 die Mutti die Witzen das hier machen du musst doch hier du musst auch in so ein Wandlauf machen und dann ich will ja du machst es jetzt als wäre es jetzt aber gewesen ja ich möchte bitte mehr Wasserlevel haben die Wandschillen und wie lange ist denn die Map noch? Och ey ich hab kein Bock mehr ohne Witz ich hab Bock so schlimm ist es ja gerade nicht das ist sogar recht einfach gerade jetzt los hab ich lange so ey wir spüren dir schon gleich 3 Stunden da hab dich mal nicht so du Mädchen du wolltest das also weil ich macht sogar Spaß das ist halt die Scheiße mit der Lava und den Lappys ich will ja ich spüren dir keine Nippel mehr weil die Okunst die so verhurten Scheiß-Gitter ey die liegen auch aufm Eimer aufm Eimer aufm Eimer schafft man das überhaupt mit einem Block? ich weiß nicht ich glaub nicht keine Ahnung ich glaub man muss ja irgendwie so um die Kurve laufen ja das geht doch schon wieder gern boah ich hab mir ich hab einfach mal ein 360 gemacht und es ist wieder auf dem Block ne es ist wieder auf dem Gezweck weg im Sam Block gelandet wie er gesprungen ist geschafft nein oh das war so knapp da war vielleicht noch keine Ahnung sieben Blöcke gefährlich wäre ich oben gewesen hab ich einfach nur noch SCG gedrückt halt hier ich auch eigentlich spült sich das falsch nicht ja jetzt pack ich es natürlich wieder eine halbe Stunde oh ja ja komm ey ey die Map die lacht mich doch schon aus macht die das ist auch noch ein deutscher Map-Entwickler wenn der das sieht der wird sich so ins Fäustchen lachen Junge ich würde aber schon nicht sehen denkst du nicht warum nicht warum solltet ihr das sehen ja warum nicht ich würde mir das auch angucken wenn ich Map-Entwickler wäre ich hab mir die von die die meine Let's Playtime habe ich auch angeguckt hat dann jemand Let's Playte oder? doch ach doch den Scheiß spielt er keine ich stell's dir voraus wo der Let's Playte es macht keinen Spaß mehr es ist einfach nur noch ne der letzte Schwung scheiß ich bin dafür dass er denn auch 12 Blöcke anlauf gegeben da bin ich auch schon langsam dafür ja weil niemand die Gipfel auf dem Sack wahrscheinlich kommt dann noch so ein Sprung ja mit dem Blockanlauf oder vier oder fünf hintereinander schaffe ich nicht mehr mal die ja so geht's mir auch und auch auch mann ey auch Mutti ach bau da einfach einen Block hin und dann hat sich die Sache ist ja auch nicht schöner Zuschauer tausendmal denselben Part zu sehen schließlich 3 Stunden lang den Grünraum ja wo nur übersteuert und mäßig ich glaub da gehen wir dann echt da gehen wir echt die Überschriften aus weiß ich gar nicht was ich als Überschrift nehmen soll übersteuert Part 1 übersteuert Part 2 übersteuert Part 3 ich hab ihn habe ich nicht mehr mit den arbeiterten Anlauf den Schwung geschafft so geil bin ich ich rück's hier ins Mikro wie bekloppt ausgucken zwischen die schon keiner mehr zugesert weil ich mach der ersten Völkern Backpack gehabt mit dem Part hier den zieht sich niemand mehr rein und jemand wenn jetzt wirklich den irgendjemand sieht bitte mal einen Kommentar schreiben ich guck den außer du Max du bist da ausgenommen schreib da jetzt hin ich guck den ja das sagt ich mir nämlich schon deswegen hab ich ja gesagt du zählst nicht alter ich schaff den Schwung nicht mehr what the fuck ich auch nicht es geht einfach nicht mehr das ist meine Laune die ist so im Keller ja die ist so im fucking Keller ach man oh ey ich weiß nicht ob man es gerade gehört hat mein Einatmen das ist der der Balken von erst ja der lädt sich grad schon wieder ganz langsam auf der ist grad schon wieder bei 30% ja na endlich NEIN was gehst du rückwärts du Hure wie kann der denn rückwärts gehen was drückst du denn immer na ich hab meine Maus die äh bewege ich manchmal zu schnell nach rechts und die Mausempfindlichkeit spackt manchmal ab und dann dreht er sich und ja hallo und läuft gleichzeitig nach unten boah weißt du was so richtig hart ja so richtig hart ich schaff die Schwung nicht mehr ich auch nicht mehr oh es geht einfach nicht mehr na endlich ey oh geht echt nicht mehr es geht echt die Blöcke bewegen sich ab jetzt das ist es noch was kommt wollen wir wetten machst du dann Pistons ja da ist so ein genau so ein Sprung über den wir uns die ganze Zeit abfacken mit einem Block und der bewegt sich dann noch ja na endlich jetzt funkt es wieder ja weißt du was ich glaube ich muss einfach regelmäßig so meine meine Ne halt's mal ey fick dein Knie jetzt pups dich schalalalalalala ja ich darf nicht erst der G und Doppel W drücken das macht sie nicht so gut geht er nämlich aus dem Sprinten auch gerne wieder raus vor allem habe ich Julian erst geschrieben ja ja ich komme in anderthalb Stunden und hast du nicht damit gerechnet dass wir hier so lange brauchen wir? nee na weil ich habe ja eigentlich gesagt wenn ich den Bock mehr habe höre ich auf aber ich habe um ehrlich zu sein überhaupt gar keinen Elan mehr klar es geht eigentlich nur noch darum dass ich die Scheiße hinter mir habe nun kann ich mir immer wenn ich mit Max und Busfahrer anhören nur Blub und dann war es da für mich warum soll ich dich deswegen aufziehen habe ich noch nie gemacht ich will irgendwas auf ihr müsst wissen Max ist ein ganz netter Mensch wirklich ganz ganz netter Mensch das ist ein Sprung ich kriege gleich einen elektrischen Anfall Junge aber so richtig so richtig erlebt sie ihn mit Abspack Mode warum springt er nicht warum springt er nicht warum keine Ahnung kein Bock warum springt er nicht so ein bisschen mehr damit man geht das ist das ist Alter diese hoch hoch springen sind halt alles Sprünge wo man am letzten Pixel absprungen muss dann schafft man das nicht aber jeder einzelne Sprung ja ja nach so zu erinnern die Ecke wo man auf dem Baum hoch springen muss sonst noch ein Wunsch ich glaube hier wird sich der Kakariko Remix ganz schön auch wiederholen nur nicht dass ich da wieder Schläge von der GEMA kriege in der Remax dann nicht ich weiß ja nicht ob der copywritet ist bei DJ Epyx weil du total kannst ja alles copywriten was würdet euch darstellen was würd ich ja denn sehen ich kann es ja denn YouTube hat jetzt so eine Einstellung da kannst du denn da wird die Musik dann irgendwie rausgenommen deswegen gibt es inzwischen schon Musikvideos auch ohne Musik ohne Video Black Screen ey wie es schon wieder nicht mehr funkt ey meine Konzentration war die ist aber auch so hart im Arsch so richtig hart im banalen Mode ist die um kurz davor hier alles um zu machen ich hab auch ja Piston hat sich geöffnet geil das ist richtig wie wie viel Anlauf hier schon wieder ja geschafft knutsch mir doch die Eier hier ach leck mich doch so geschafft ey ach guck Alter wo hast du denn das eigentlich her von der Kiep hat ja bestimmt wieder YouTube kacke geguckt ja oh komm Diamantraum beendet immer heißt immer Ende ach ne Eis oh ja ey komm noch mehr Wünsche ey das funkt DAT FUNKT oh fuck das wäre ja zu geil gekommen und wie dann wir k